Waaah, was soll das denn? Ja, das ist nach unten. Kannst du in alle Stahle Fiericke und sowas machen? Was macht mir so eine Ohm? So ein Rückerzeug. Aber das haut rein, du wirst da mit dem getrösten Haus wieder raus. Ich würde mal versuchen, ey. Nein, nein, nein! Nein, nein! Ja, das ist nicht so. Ja, wo war ich denn gut? Nein! Ein Drill. Bots, Bots! Ui! Tschüss. Geh endlich raus, ey! Ja, bam, bam, bam! Ey, was ist denn wohl los? Der Forza, der war echt geil. Ja, ich hab nur noch die Kabel gemacht. Was hast du gegen die Minen, ey? Ja toll, hätten die Wand kaputt gemacht. Ich wär vielleicht noch drin gewesen. Ja, das soll Dreier kommen. Und dann, bis ich in die Nüsse hau. Da geht auch nicht, ey. Wollt ich mach dasselbe? Guck mal, jetzt greift er die Wand der Tron. Ja, genau. Jimmy! Neeeeeeeeeg! Kommst du endlich hier? Geh raus! Wo denn 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 jetzt, ey? Ich verstehe das gar nicht. Ich hab gleich gecheckt, wo ich bin. Warte, Pikachu! Wow! Wow! Ja, Baum. Der Wunde ist richtig scheiße. Die Linke ist die Wendigkeit. Das ist doch hier gar nicht klar. Was macht der denn da? Achso. Ich hab den Wurrack mal geschlagen. Ich hab den Wurrack mal geschlagen. Ich hab den Wurrack mal geschlagen. Also, die verbrennen. Oh Mann, ey. Das glaube ich, ob die 10 Motorräder von mir kaputt gemacht hat. Nein! Ah, wer ist da genau wie die Bombe? Ich wollte... Da gibt ein ganz Schub. Ah, hallo. Ah, das war's. Das war ja wohl richtig ähnlich. Das ist egal. Wir haben ja überhaupt nicht mitgekommen. Ah, ey! Aus mit dir! Ah! Aus mit dir! Aus mit dir! Ja! Nein! Nein! Wir haben ja nicht mit meinen kleinen Eier. Und die Hamster-Eier. Achso, geht ja. Nein! 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 Ich wollte das Ding! Ich wollte eigentlich über die Bombe laufen nach links! Das gibt's doch ein Scheuze gegen den Katsch Ich bin nach oben, da muss ich mich schneller raus Jaaa, der muss noch stärker, oder was? Ich hab mal liegen Der kann nicht mehr forzen War klar, der Fächer muss jetzt kaufen Vergiss es Ja, das war's Scheiße Ich bin mit Link eigentlich auch gerne Ja, aber ich hab noch nie mit dem was gerissen Noch nie Guck mal, Ness Jetzt hab ich wieder diese Lack des Katschinger Nee, bei dir? Da ist kein Ding ein Tränener Also nicht mehr so ne Starke wie vorhin Eieieieiei Oder so ein pinkes Monster Ja, das kommt ins Bild reingehauen Ja, ob der gleich viel hat oder 200% Wo bin ich? Oh! Kann man runterfallen? Ja Ich seh gar nichts, ich hab nie mal die Mine gesehen Sehr schön Ah, ich dachte ich krieg die noch rein Ich muss mal das Kuschel-Di anzünden Jaaa Höh? BATZ! Sehr schön, da kommen wir Okay, das war doch ein bisschen BATZ! Noch einmal BATZ! Oh, schmeißt du denn eine Granate? Ich bin so gut Wo ist denn meine Rakete gegeben? Keine Ahnung! Nein, 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 nein! Oh, f*** Na, es geht nicht Ich wusste nicht mal wo du dich geschlagen hast Ey, ich stolper hier fünfmal Ja Nein, ich kann mich nicht mit dem retten Alter, komm schon Komm her du Feigling! Lass dich weg hier Jaaa Wird 183 noch da Super Du warst doch gar nicht an mir dran Jaaa Du warst doch gar nicht an mir dran Jaa, jaa, jaa Jaa, jaa Jaa, jaa Was war ich denn da? Was wurde ich denn da? Oh mein Alles klar Wer hätte die Idee, diese Runde zu nehmen? Jaa, jaa Jaa, jaa Jaa, jaa Jaa, jaa 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 Nein, ich habe mich verfehlt Das gibt es doch nicht Weil so eine scheiß Runde zu nehmen ist F*** Warten die Miene Ich weiß auch nicht mehr Ich weiß 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 nicht mehr F*** Das ist auch schade bei S.T. Okay Ich sehe ich überhaupt nicht Ja, erwischt Jaa 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 Da ist das Viech weg, ne? Dann sollst du verdienen die Gehirne aufdiesen. Nein! Doch! Nein! Ja! Guck mal ein bisschen mit. Sehr schön! Ja! Darauf habe ich gewartet. Bloß weg hier! Bloß weg hier? Was zieht er denn so an den beschissenen Rinds, ey? Yeah! Der ist weg, ne? Geh weg, ne? Was zieht er denn? Aber hier kann sich ziemlich gut retten. Ja. Wenn du nicht gerade Nestle... Was macht er denn da? Ey, ich glaube mein Pad ist kaputt. Das ist schon das dritte Mal, dass er die Insel losgelassen hat, meine Figur. Wow, 25. Damage. War es noch einmal? Nein, wenn ich verstehe. Ja! Er kriecht da hoch! Ja! Er kriecht da hoch! Machst du das ohne. Ich verstehe. Geh da vorne und du schlagst und dann holt er seine Rakete. Ja, das geht ja. Oh! Das kommt klar! Woh! F***er! Woh! Wo ist er? Ah! Oh! Oh! Bleib auf der rechten Seite! Der braucht dann ziemlich lange. Ich kann ihn überhaupt nicht sehen, ey. Das ist ja richtig lustig, genau. Dass der Idiot im Bildschirm war. Nein! Ja! Noch raus, ey! Ja, ich auch! Zwei, 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 zwei. Zwei, zwei, zwei. Tschüss! Nein! Ey, vier! Raus! Guck mal, dass du zu oft den Dropkick, weil der so heftig aussieht. Boah, der scheiß Pika, ey! Das wollte ich gar nicht, ey. Ich geh und schlag ganz normal und er holt seine Versuche raus. So! Was ist das denn? Ich hab die Waffe auf dich geschüßt! Nein, das kann doch nicht wahr sein! Häng dich doch mal ran, Snake! Das wär's fast gewesen, ey. Ja! Ja! Ich schaute jetzt gerade hin. Oh, wo bin ich? Komm, raus! Oh! Ja, der Blitz geht durch das Teil! Ja, der Blitz geht durch das Teil! Ja! Ja, ich verstehe. Er kann nichts machen. Ja, und runter! Genau! Ja, wie bei mir! Nein! 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 Das ist doch so lächerlich, ey! Ja, ich kann jetzt nicht kontrollieren, lass doch nicht. Wenn du zu Gold drückst, dann läufst du... Du musst immer A oder B dazu drücken. Ja. Ja, der macht ja immer so eine Blitze. Ja! Siehst du an deiner Kugel, die wird dann wieder klein. Ja! Wenn die ganz groß ist, dann... Das ist ein Geschenk! Du schubst das runter! Ja! Wollen wir es auflegen? Ja! Wollen wir es auflegen? Hey! Warum fliegt der nicht auf? Du schubst das mit den Zykker auf. Ja! In dieser Kugel sind alle so eine Psychoattacken auf. Die laden dann auf. Ich Typ. Was hab ich immer gesagt? Der Bodenmischer? Ist ja. Ich hab die ganze Zeit nur schlecht gespielt, aber die Verzögerung ist auch nicht hundertprozentig raus, ist sie nicht. Das merke ich so. Weil ich würde immer laufen und gehen und schlagen, auf einmal ziehe ich meine Bazyka raus. Ganz weg ist sie nicht. Danke. Nein! Er ist hoch oder links? Die Runde ist nicht so teuer. Ja, wo schneidest du denn? Verzweißi! Ich glaube er ist der Weihmarschus. Ich bin der Weihmarschus. Okay, den haben wir hier noch. Stehen. Wie kann ich denn? Falco? Rob ist auch gut. Der Weihmarschus. Aber das wird besser von einem Fettspiel. Komm mal gucken. Oh! Okay. Wie kann er von Elgin?